Hallo zusammen, am 8. Oktober ist es soweit und zwar sehr sehr früh um 1 Uhr morgens. Da wird es soweit sein, die neue Season beginnt und mit der neuen Season beginnt ja auch die Erweiterung. Und ich wurde gefragt, wie ich leveln werde, was ist meine Level-Strategie, die zeige ich euch heute. Vielleicht kann da der eine oder andere einen Tipp herausziehen für sich selber. Ich zeige euch auch am Ende, welche Klasse ich spielen werde, warum ich diese Klasse spielen werde, aber das packe ich in diesen Pallava-Teil. Man muss ehrlich sein, meine Wahl der Klasse, das ist schon sehr auf mich bezogen und das hat so meine eigenen Gründe, warum ich diese Klasse spielen werde. Das sollte nicht unbedingt jedermanns Strategie sein. Deswegen in dem extra Pallava-Teil, in dem ich so herumlabere. Und man muss wissen, für die Season 6, die neue kommende Season, kann man das Ganze hier aufteilen in einmal Charakterleveln. Das geht von Level 1 bis Level 60, da levelt man nur den Charakter. Und das Paragon-Leveln, das geht von Paragon Stufe 1 bis 300. Und deswegen werde ich das hier auch so ein bisschen aufteilen. Wir beginnen, wie level ich meinen Charakter auf Level 60. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und jetzt starten wir auch. Ich habe die Erweiterung gekauft und werde natürlich auch die Erweiterung spielen. Nachdem ich den Charakter erstellt habe, werde ich auch, so wie eigentlich in jeder Season, die Kampagne überspringen. Die Kampagne, wenn man sie einmal gespielt hat, kann man sie überspringen. Und komme dann direkt in die neue Kampagne der Season. Und damit werde ich auch direkt beginnen, quasi von Level 1 die neue Kampagne starten. Warum mache ich das? Und das aus dem Grund, weil die Kampagne das meiste an XP gibt und weil sie die ganzen Endgame-Aktivitäten freischaltet. Das werde ich auch in der Stufe normal machen. Wir haben ja ab der Season 6 direkt am Anfang vier verschiedene Stufen zur Auswahl. Zwar bringen die höheren Stufen ja auch mehr XP, dennoch ist diese XP von den Monstern unwesentlich. Und deswegen geht man auf die Stufe normal und beginnt dort. Die Monster sind einfacher, das ist die einfachste Stufe. Und man kommt schneller durch die Kampagne. Die Kampagne sollte dann ausreichen, dass ich von Level 1 bis Level 40, 50 komme. Ich werde das auch so fast komplett durchziehen. Es gibt ein paar Sachen, wo man im Hinterkopf behalten muss und dann auch reagieren sollte. Also während dieser Kampagne unterbrechen. Und zwar einmal, um den Gefährten abzuholen. Der Gefährte ist wirklich sehr hilfreich. Er hebt Sachen auf und spart einem deutlich viel Zeit. Irgendwann während der Kampagne ist auch der Söldner verfügbar. Den Söldner werde ich mir holen. Und ich werde auch diese Kampagne mal kurz unterbrechen, um hier in beide Zauberinnen jetzt die Verzauberung, also die klassenspezifischen Quests zu erledigen. Sei es, dass ihr jetzt der Totenbeschwörer seid, dann bekommt ihr dadurch ja den Golem. Diese klassenspezifischen Sachen, die machen euch deutlich stärker. Die würde ich einfach mal irgendwann mit reinlegen, so ab Level 20. Und was auch wichtig ist, die Season-Reise. Und mit der Season-Reise gibt es auch noch den Season-Segen. Und das vergessen immer viele. Hier gibt es dann immer wieder Punkte und die kann man verteilen. Und wenn man das hier in diese Urne hineinlegt, in die erste, bekommt man einfach deutlich mehr Erfahrung von den Monstern. Die geben zwar am Anfang nicht so viel Erfahrung, aber wenn man 20% mehr bekommt, ist es auch ein Riesenvorteil. Das also während der gesamten Kampagne auch nochmal beachten. Diese vier Sachen. Begleiter oder Gefährte, Söldner, klassenspezifische Quest und natürlich hier die Asche in der Season-Segen. Die Kampagne sollte dann ausreichen, dass ich so Level 40, 50 bin. Dann ist die Frage, wie level ich dann auf die finalen Maximal-Level 60 und dafür werde ich eine Aktivität nutzen, die einem nicht erspart bleibt und zwar die Regionsfortschritte. Ihr kennt sie wahrscheinlich und ihr hasst sie. Vor allem, wenn ihr früher ganz am Anfang das zweimal machen musstet, die Regionsfortschritte. In jeder Region gibt es ja Aktivitäten, die man machen muss, damit man hier Punkte sammelt, dieses Ansehen sammelt und das wird es auch in der neuen Region geben. Die neue Region, wo ist sie? Hier unten irgendwo. Die wird dann auch diese Regionsfortschritte haben und da werde ich dann einfach auch Wegpunkte sammeln, die Gebiete aufdecken, irgendwelche Dungeons spielen, vielleicht ein Nebenquest, vielleicht auch einen Stützpunkt und das sollte dann reichen bis Level 60, eventuell auch noch ein paar zusätzliche Stützpunkte spielen, auch in anderen Regionen, weil die in den anderen Regionen ein wenig kürzer sind und dadurch dann schneller gehen. In der nächsten Season ist es dann auch so, dass man 1,25 Level bekommt, wenn man einen Stützpunkt absolviert und dadurch sollte dann das Leveln auf Level 60 recht schnell gehen. Dann ist man also Level 60, man hat das Charakterleveln absolviert, jetzt kommt man so langsam in das Paragon-Stufensystem und in das Paragon-Leveln und man möchte, was vor allem sehr wichtig ist, schnellstmöglich in die Qualstufen. Es gibt ja die Qualstufe 1 bis 4 und in die Qualstufen kommt man, indem man sich quasi qualifiziert über die Grube, man muss hier die Stufe 20 erreichen, um sich für die Qualstufe 1 zu qualifizieren und das ist schon ein wenig eine Herausforderung. Man benötigt also erstmal Equipment, das, ich nenne es jetzt mal, beste Equipment, das man bekommen kann außerhalb der Qualstufe, ist dann Equipment der Gegenstandsmacht 750, das ist so das beste Mid-Game-Equipment. Dieses Equipment kann man dann auch schon anfangen, ein wenig zu verbessern, zu härten und zu vollenden, soweit es natürlich die Möglichkeiten gibt. Man kann da noch nicht so sehr viel die Horde spielen, um die Materialien fürs Vollenden zu farmen, aber man baut so das 750er Equipment aus, kann damit dann die Grube spielen, um dann in die Weltstufe oder in die Qualstufe 1 zu kommen, die Schwierigkeitsstufe und dann in der Qualstufe 1 und in allen anderen Qualstufen ist dann eigentlich das Ziel dieses 750er Equipment durch 800er Equipment. Das 800er Equipment ist das Ahnen oder das Vermachte Equipment, das ist dann das absolut beste Equipment. Es hat immer garantiert ein Greater Arfix und vor allem, wenn wir hier über die mythischen Uniques sprechen, die werden immer der Gegenstandsmacht 800 sein, damit also vermacht und haben mindestens ein Greater Arfix und damit kommt man dann so langsam in das Endgame. Natürlich wird es eine Herausforderung sein, die Unique Items, jetzt nicht nur die mythischen Uniques, sondern auch die gewöhnlichen, in einer sehr guten Qualität zu erhalten und das vor allem in der Gegenstandsmacht 800. Deswegen ist es auch ratsam, denke ich, die Bosse zu farmen und zwar so spät wie möglich oder auf höchster Stufe wie möglich, also nicht in Qual 1, sondern man versucht es dann in Qual 2 oder 3 aus dem einfachen Grund. Die Bossmaterialien und die Kosten, um den Boss zu beschwören, sind auf allen Stufen gleich, aber der Loot, den die Bosse hergeben, der ist auf den unterschiedlichen Stufen unterschiedlich und zwar je höher die Qualstufe, desto mehr Loot geben auch die Bosse und dadurch hat man dann einfach eine höhere Chance, hier irgendwas in der Gegenstandsmacht 800 zu erhalten. Und dann ist man eigentlich schon mittendrin in den Paragonstufen leveln, man möchte natürlich besseres Equipment haben und dadurch wird man vor allem besser, man wird aber auch stärker durch die Glyphen und die Glyphen levelt man in Zukunft in der Grube und es macht Sinn, in die Grube zu gehen und dort auch die eigenen Glyphen zu leveln, nicht nur, dass der Radius größer wird, die Glyphen werden stärker und dadurch dann auch der Charakter. Zusätzlich dazu gibt es in der Grube natürlich dann auch noch XP, vor allem wenn man die Grube abgeschlossen hat und die XP bringt uns dann in die Paragonstufe weiter. Die Paragonstufe ist ja nützlich und macht einen stärker, weil man dann einfach Punkte für das Paragonboard bekommt und die Punkte, wenn man sie verteilt und vor allem wenn man legendäre Knoten öffnet, macht es dann einen stärker und dann natürlich die Glyphen, die dann auch nochmal zusätzlich Vorteile geben. Das Ganze kann man dann aber auch buffen und pushen, vor allem das Paragonstufen leveln und zwar einmal mit Elixieren, die geben ja zusätzlich EP und die bekommt man zum Beispiel in der Höllenflut, bekommt man jede Menge Elixiere. Man kann in der Gruppe spielen, das gibt nochmal zusätzlich XP. Wer jetzt niemanden hat, um in der Gruppe zu spielen, gerne mal bei uns im Stream vorbeischauen. Ich nehme gerne Leute mit in die Gruppe, solange ich streame, spielen wir eigentlich sehr häufig in der Gruppe mit den Zuschauern, also einfach mal vorbeischauen. Dann gibt es die Opale durch dieses neue Event, die Reichwandler, die herumlaufen, das sind so riesige Schildkröten. Wenn man die besiegt hat, gibt es ein Portal, da kommt man in dieses brodelnde Reich und dort kann man dann diese Opale verdienen und die sind dann auch wie so ein Trank-Buff und durch diesen Buff bekommen wir nochmal zusätzlich XP. Dann gibt es, das haben wir schon mal gesagt, hier diese Season-Reise, das darf man nicht vergessen, hier immer wieder Punkte verteilen. Das gibt bis zu 20% mehr EP und dann wird es nochmal einen zusätzlichen Buff geben, den man in den Albtraum-Dungeon findet. Man kann ihn aktivieren, der hält eine Stunde lang und dann kann man den auch nochmal nutzen, je nachdem, was man dann spielt, die Grube oder die Höllenhorde und man wird dann die verschiedenen Aktivitäten spielen. Die werden viel XP geben und vor allem, wenn man sich dann mit den verschiedenen Möglichkeiten nochmal zusätzlich bufft, dann kommt man auch recht gut in der Paragon-Stufe voran. Und nun zum inoffiziellen Teil, zum Palaberteil, in dem ich einfach herumlabern kann und das werde ich auch tun, wie am Anfang angekündigt wird das Thema sein, welche Klasse werde ich zur neuen Season starten und warum werde ich diese Klasse und mit dieser Klasse beginnen. Meine Beweggründe, ich habe das extra raus aus dem, aus dem offiziellen Teil genommen, weil meine Beweggründe nicht unbedingt eure Beweggründe sind und da auch nicht als Vorbild fungieren möchte. So, fangen wir einfach mal an. Wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich jede neue Season eigentlich immer mit zwei Klassen beginne. Ich habe zwei Accounts und auf dem einen Account spiele ich eine Klasse, auf dem anderen Account spiele ich eine andere Klasse. Das heißt auch, die Season 6 werde ich mit zwei Klassen beginnen und die eine Klasse, die wird hauptsächlich dann von meiner Frau gespielt. Sie kümmert sich zwar nicht um die Bills, ich kümmere mich um die Bills, ich kümmere mich ums Paragon verteilen, ich kümmere mich um die Fertigkeiten und alles. Sie metzelt gerne und Höllenhorde, Höllenflut und Bosse farben, das macht sie gerne und das hilft mir auch extrem, denn wenn man einfach zu zweit oder mit mehreren Leuten im Stream zum Beispiel Bosse farmt, dann hat man einfach mehr davon, weil man einfach mehr Equipment bekommt, mehr XP und hat einfach einen Vorteil, wenn man in der Gruppe spielt. Und deswegen bin ich auch froh, dass sie dann auch noch einen zweiten Account hat, mit dem wir dann einfach zwei Klassen gleichzeitig hochziehen können. Mit den beiden Klassen kann ich dann, wie ihr dann auch schon gemerkt habt, euch irgendwelche Bills präsentieren und dann Videos erstellen für YouTube. Dann gibt es noch einen Beweggrund, wieso ich mich für Klassen jetzt nicht nur in der Season 6, sondern auch in den anderen Season entscheide, ist eigentlich, dass ich ein Casual-Spieler bin. Also wie die meisten von euch habe ich einen ganz normalen Job. Ich arbeite von Montag bis Freitag, selten am Wochenende, aber auch, das kommt auch mal vor, aber eigentlich von Montag bis Freitag arbeite. Ich habe sieben bis acht Stunden am Tag und deswegen, alles, was ich jetzt für YouTube mache und das ganze Diablo-Zocken und so weiter, das fällt in die Freizeit. Ich mache das, kurz gesagt, nicht professionell. Ich mache das in einem Sinne schon professionell. Ich verdiene damit Geld, aber jetzt nicht so viel Geld. Ich habe auch jetzt sowohl einen professionellen, in Anführungszeichen, professionellen YouTube-Kanal und eine Seite, aber das wirft jetzt nicht so viel Geld ab, dass ich davon leben könnte und das jetzt einfach fulltime mache, sondern ich mache es einfach abends und nebenbei oder am Wochenende und die Zeit ist begrenzt und das beeinflusst mich übrigens, wenn wir schon hier beim Geldverdienen sind. Ich habe noch ganz vergessen, Werbung zu machen. Wenn ihr Gutscheinkarten und Guthabenkarten kaufen möchtet, bei Enneba gibt es sie günstig. Link unten in der Videobeschreibung und auch wenn ihr bei Amazon einkauft und mich unterstützen möchtet, einfach den Amazon von mir, Link in der Videobeschreibung verwenden und damit unterstützt ihr mich und den Kanal hier. Kurz gesagt, ich mache das nicht professionell und ich habe deswegen nicht so viel Zeit und deswegen wähle ich immer die Klassen, von denen man schon weiß, dass sie ziemlich OP sein werden, also die einfach ziemlich stark sein werden und das ist in dieses Season eine Geistgeborene und ich gehe davon aus, dass auch die Zauberin ziemlich stark sein wird. Die Zauberin wird auf den Zweit-Account, also auf Detlef, meine Frau nennt sich ja hier immer Detlef der Barbar oder einfach nur Detlef, sie wird mit der Zauberin wieder beginnen und ich werde mit dem Geistgeborenen beginnen und mit der neuen Klasse und das hat den Vorteil, wenn ich mit einer sehr starken Klasse direkt die Season beginne, habe ich dann relativ schnell eine Klasse, die ziemlich stark ist und alle weiteren Klassen, die ich dann hochziehe, die profitieren davon, dass ich dann schon eine starke Klasse habe. Ich habe ja hier in der aktuellen Season, da war ja die Zauberin stark und auch der Druide war recht stark. Mit beiden habe ich ja angefangen und die haben dann auch die ganzen zum Beispiel Materialien in der Höllenhorde für alle anderen Klassen gefarmt. Ich gehe ja nicht mit einer schwachen Klasse hinein wie mit dem Barbaren oder mit dem Totenbeschwörer und farme dann dort die Materialien, die man fürs Vollenden benötigt. Das wäre Unsinn, da jetzt in der Höllenhorde 5 zu farmen, wenn ich ja hier mit der hier die Höllenhorde 8 beziehungsweise die Höllenhorde 7 ja locker schaffe. Auch alle anderen Aktivitäten wie die Bosse farmen, wie mythische Uniques farmen. Wozu sollte ich das in der Qual 1 mit einer schwachen Klasse machen, wenn ich das dann auch für alle anderen Klassen in der Qual Stufe 4 machen kann. Und die sind zwar schwerer, aber meine Klasse ist einfach ziemlich stark. Kurz gesagt, ich suche mir die zwei stärksten Klassen für die neue Season aus oder von den Klassen, von denen man ausgeht, dass es die zwei stärksten sein werden. Und das ist halt in der Season 6 der Geistgeborene. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zauberin auch recht stark sein wird, wenn jetzt auch nicht mit dem Geistgeborenen mithalten kann. Und so werde ich dann mit diesen zwei Klassen ins Rennen gehen, um mir einfach die begrenzte Zeit, die ich für YouTube und auch für Diablo habe, am effektivsten zu nutzen. Und dass ich dann mit den zwei ersten Charakteren, die ich dann fertig habe und die dann hoffentlich recht stark sind, wir werden sehen, dann auch alle anderen Klassen, die ich dann erstellen werde, unterstützen kann. Das Ganze muss nicht ein Vorbild für jemand anderen sein. Spielt das, worauf ihr Lust habt. Aber ich muss auch sagen, ein wenig habe ich auch Lust auf den Geistgeborenen. Ich hätte, wären jetzt alle gleich stark, hätte ich wahrscheinlich mit dem Druiden begonnen, weil mir dieses Druiden-Bild sehr gut gefallen hat. Leider muss man sagen, hat man den Druiden kurz vor der Season 6 nochmal genervt und dieses eine Bild, das ich euch auch hier gezeigt habe, dieses Erdrutsch-Gewitter-Bild, funktioniert jetzt leider so nicht mehr. Auch hier dieses gefrorene Kugeln- und Blitzschbeer-Bild bei der Zauberin funktioniert nicht. Sie ist aber dennoch, denke ich, ganz gut. So, das war es jetzt mit dem Video. Schreibt mir gerne unten, was ihr so spielen werdet. und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute, macht's gut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020